So, da sind wir wieder bei Let's Play Borderlands 2! So, Hamalox Großweltjagd! Und heute kämpfen wir gegen den rosa Borok. Oh! 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 Ja, doch. Ein Freiwilligen. Ich hab doch grad alle getötet. Ich find's, was ich hier in diesem Spiel sehr schade finde, wenn ich's richtig weiss, ist die Tatsache, dass es gibt zusätzliche Optionen für die Quests, aber sie bringen nichts. Es kann sein, dass die Quests mehr Erfahrung bringen, aber davon merkt man selber nichts beim Spielen. Das ist halt so ein bisschen schade. Aber schauen wir mal, ob wir einen Freiwilligen finden. Hey! Lebt ihr drin noch einer? Ich weiß, das hätte man vielleicht vorher sagen sollen. Ich glaub ich hab alle getötet. Können höchstens noch mal da hochgucken. Vielleicht ist da ja noch was. Noch einer. Noch etwas. Auf jeden Fall ist da so ne Kiste. Die können wir ja noch aufmachen. Ansonsten mach ich mir Aua, Aua. Bin da ein Freiwilligen? Da ist die Skybox nicht, da ist die Skybox zu Ende, da sieht man ja alles unzensiert. Okay, hier oben ist glaub ich nur der, der Totem hier mit dem Borderlands-Symbol drauf. Boah. Nee. Nee, ich glaub ich muss dran. Na gut. Kann ich mich auch irgendwie anders selber verletzen? Das sieht nämlich eher aus, als würdest du mich one-hitten und töten und alles. Na, schauen wir mal. Ich bin zufällig gerade umgefallen. Ich bin bereit. Äh, woher kommen die ganzen Kannibalen und warum gehen die eigentlich auf das Viech und helfen mir so gesehen? Na, hier krieg ich aber tot mit den Raketen. Was bist du denn? Oh, bist du süß! Was bist du denn, Kleines? Ah! Oh, ich bin die süß. Du hast dein letztes Menschenfleisch gefressen, Bestie! Prima! Einfach Prima! Komm zurück, bitte! Was? Zack. Multi-Kill. Bist du süß! Willst du mich töten? Ja, du Kleiner, du! Und du! Bist du Badass! Du kannst eh nur laufen. Oh, guck mal hinter dich. Eeeeee. What the fuck? Ich hab da vorne noch die Spore extra getötet, dass hier keiner während des Kampfes da ist. So, mach mal. So. Hätte er jetzt schön von der Spore angegriffen. Hey, du. Ich schaue, du. Dann gibt's den da hinten. Boah! Du, mein Mann! Nein! Oh, lieber ne! Ach, nun wieder ein Skin... Ei, Alter! Ich will keinen Skin anpassungen! Nein, das bringt nicht so ein wirklich viel. Gut! Oh, wir haben wenigstens das Stieche getötet. Wir können uns einmal hier an dem Geld bedienen. Wir haben das, glaube ich, sogar nochmal so ein super Bärteres, wenn ich das richtig gesehen hab! Ja, so ein Bärteres für Bilder rasch und wieder. Aber wir können wenigstens die Quest abgeben. Nicht so nah an mich. Hey hier Blitzschamanne. Zack Blitz. Kann ich auch blitzen. Halt. So ihr geht mal kurz weg von mir. Weil ich möchte diesen Kaminen hier auch aktivieren. 27. Ich frage mich echt was das bringt. Wahrscheinlich verschwende ich gerade meine Iridianen so ein bisschen. Aber ich brauche es ja für nichts. Vielleicht resettet sich das auch. Das aktivierte, wenn ich das Spiel neu starte. War ein bisschen teuer zwar. Aber kann ja immer vorkommen. Wie höchst abbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Okay da ist nichts. Wuii. Arschbombe. So bist du Zweibeiner? Nö. Ich bin jetzt in einer ganz bestimmten Position verteilt. Ey geh weg. Ich hat keiner lieb. Da. Spiel mit meinem Klon. So. So weit wird das Viech mir aber jetzt nicht mehr. Alter es klebt immer noch an meinem Arsch. Das Viech hat mich lieb. Und ich habe übrigens nicht die 15 Minuten für die Folge gebraucht. Ja. Um dieses Viech zu töten. Das war direkt einfach PAM. Jetzt haben wir nur noch zwei Tötquests. Und ganz ehrlich. Die mache ich jetzt nicht. Das ist zwar eigentlich vorteilhaft sich selber noch mit den Quests hier hochzuleveln. Aber ich renne nicht durch die Landschaft suche Eier und töte irgendwelche Viecher. Das kann ich in jedem MMO-RPG zur Genüge tun. Hier du. Gut gemacht. Gut gemacht. Du hast stets auf die Waffe an deiner Seite vertraut. Ganz erka ist keine Anpassung. Boah. Ich bin ja auch so voll das ganze erka. Alles voll. Wunderbar. Viel Glück. Ich hole mir wieder ein Boot und dann fahren wir mal auf nach. Naja. Nach Professor Nakayama Hausen. Warum die Quest doch immer so heiß. Eigentlich hat es ja nichts damit zu tun. Hätten und gesagt es sei ein Viech jagen. Aber das scheint ja der Bösewicht von diesem DLC zu sein. Der Professor Nakayama. Auch wenn sich so Herbalock nicht großartig für ihn interessiert. Aber vielleicht ist er jetzt eigentlich ein Tier. Dann könnten wir ihn jagen. Die schwerste Beute. Der Mensch. Fahrzeug ist bei uns. Fahrzeug teleportieren. Ja, voll Gas. Macht meiner wieder ein Smiley und freut sich. Ich hätte das Reiseling bitte genau dort hinten sein, wo ich nie hingegangen bin. Das ist mir zu doof war. Also die Richtung stimmt schon mal. So. Zack. Ausgestiegen. Und losgelaufen. Ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Ich freue mich drauf. Ja, die Fackel. Die leuchtet sogar gelb vor Freude. Die empfindet mit mir. Gonzo schnarcht vor Freude, oder? Ja. Oh, süß. Ich schläft gerade hinter mir so. Eingekugelt. Aber gut. Da sind wieder diese ganzen Kackviecher. Und what the fuck. Nee, ich kämpfe doch nicht gegen eine Slack-Version von dem. Ich habe ja schon die normalen Gast. Tschüss. Ich gehe. Ich suche mir ein neues Spiel. Aber Tom Bay, wenn du den tötest, dann levelst du auf schneller. Nee, ist mir egal. Ja, bin ich lieber schwächer. Solange ich meinen Raketenwerfer habe, komme ich ja hier noch durch. Und im schlimmsten Fall werde ich bei Level 45 nochmal nach Sanctuary gehen und meine goldene Schlüssel ein bisschen verschwenden. Ich habe noch 15 Stück. Was? Woher hast du so viele? Ähm, der Entwickler hat die immer wieder, immer wieder, immer wieder getwittert. Immer so ein Gratiscode, den jeder aktivieren konnte. Der hätte 1000 Tests erst gemacht förmlich und dann nochmal 10, 20 Mal. Also ich hatte da sehr viele. Und daher habe ich so viele goldene Schlüssel. Das ist ein Gratis. Interessantes Gebiet. Ja, ja. Und mein Fahrzeug. Komm mir lauter vor. Die Sonnigswürmer. Die Sonnigen Sümpfe. um es mal auf deutsch übersetzt zu haben hat sechs bohnen mache ich mal habe ich erst mal nach guck mal hier sind die auch wieder alles 3 die stelle leihen was das ist das ist eine blau die hier höchstens interessant ist ich mich echt nicht das spiel also hätte ich nicht die ganzen waffen aber würde ich das glaube ich hier einfach nur gnadenlos verbrechen ich weiß gar nicht was ich dabei gedacht hat ist so zu gestalten gespielt ja ich weiß ich sollte nicht meine besucher gegen normale gegner benutzen ist jetzt nachgeladen oder ob ich genau so gestört das dort ist gerade mein titel ist ein sehr schöner name kann ich bestimmt darauf stolz sein ja ich würde auch aus der entfernung gerne ausschalten aber die haben ja alle masken auf würde ich mal irgendwie so wie sonst alle gegner ohne masken rumrennen ein sniper ist das echt ein schluss DLC ich hasse das voll ich spiele das voll nein ich hab eigentlich voll spaß dran das ist ein echo gerät die Quest habe ich aber noch nicht dafür was mache ich hier eigentlich hier oben bin ich jetzt einfach spontan hochgerannt hier ne ich hab hier gar keine Quest so da gehen wir da runter da steht atlas wenn ich lesen kann ich hab euch vorgelesen ich möchte nicht auf den schützenplatz ich möchte auch fahrersitz hingestiegen ich hab auch einen neuen kopf aber hier gibt es nirgends so eine umkleidestation bisher nicht dass ich gesehen hätte hier kriegt auch ein paar blitzi dinger blitzi 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 tot vielleicht tot wenn ich kriegte noch mehr blitzi ist sagt wenig die können auch mit blitzi schießen die aber auch blitzi sind deren blitzi mach einfach mal siebenmal so viel schaden alter ich will doch nur in diese hölle rein aber dafür regeneriere ich mich und sie nicht ich bleib doch stehen ich muss euch zwei drei blitzi anhängen aber die blitzi sind irgendwie so eine verbindung zueinander kommt mir oft so vor gerade nicht töte termitage 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 das ist ja wahrscheinlich irgendwo drin das ist ein ne nr 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 n nr 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 Wieso bist du da resistent so lange, wenn du die Stachel da runterfährst? Infrarot Die Farben für das Boot Die Bootskins werden nicht wiederum unnötig Ein paar sind cool, aber die meisten sehen noch viel zu Standard aus Jetzt ist er grad umgedreht Whatever Okay Die Sniper macht uns gut Schaden bei dem Ganz gut Okay, ich geh wieder zur Sniper-Set Mh Danke So, das können wir nehmen Ein bisschen heilen Oh, heb das Geld einfach auf Muss man sich also anpassen Aber hey Wir passen uns allem und jedem an Auf Ja, ich beleidige die Käfer nicht Charakter Was das irgendwie so ein schlechtes Elite, Slag Oh Gott WTF, zwei Schuss Was ist denn los mit den Viechern? Ich schlägt mir gar nichts aus Killer Klassenmatt Hm, ich komme mit 40% mehr kritischen Schaden hier Das gesamte Team gut ich will ja gut die anderen sind auch ganz schnell gestorben also doch ich bleibe schon das ist jetzt easy peasy zu sein na wo ist der kleine bursche ach jetzt kommt da noch mal so eine elite tot not und verderben tot und verderben noch ein brot skin 1000 brot skins erst oft und zwar auch wenn ich hier zu beschwören gut das ist ein meter vor mir die trefflich dort dauert nur kurz so guck da habe ich den oder mache ich so kam zwei schuss zwei schuss drei schuss moment ihr typen wollt einfach bloß jagen gehen interessiert euch überhaupt nicht wieso ich diese wilden herumkommandieren kann zu ihnen kommen wir noch so ich habe meinem gefährten hier ein vergnügliches jagdwochenende versprochen und ein gentleman hält sein wort was kommt wollt ihr jetzt wohl gegen mich kämpfen bitte kammerjäger es scheint wir kriegen keine ruhe solange dieser nakajama uns damit nervt dass wir ihn bekämpfen sollen ich habe einige bizarre funksprüche von jenseits des silas grove abgehört ich fürchte du musst dorthin irgendwelche schrecklichen pläne nakajamas unterbinden und die welt retten wieder einmal sehr gut ja gut genau das wollte ich ihr werdet es nicht bereuen die aufgezwungene bösewicht warum nicht warum musste ich dieses viecher dafür töten damit er realisiert dass wir wirklich nur jagen wollen okay ich mag die story jetzt schon ich finde es halt einfach schön weil borderlands 2 ist ja nicht so dass das hauptspiel jetzt so ist dass die story so lächerlich ist so ja so und so gesehen die dlcs sind halt einfach dann toll weil die dlcs machen können was sie wollen und da bauen sie dann halt ja schöne kacke ein wie das hier ne das mag ich aber gut wir haben Termitage oder wie das wie hieß getötet haben ihn als bösewicht angenommen und damit kann ich den part glücklich und fröhlich beenden und verlachen ha 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 ich bin so happy jetzt hier wieder aus dieser schwelle hinaus stürmen und hoffen dass ich hier nie wieder reingehen möchte obwohl die viecher waren eigentlich recht einfach also die sind mir lieber als die kannibalen bisher das war auch schon krasser unterschied gewesen ne die viecher mit zwei schuss tot und die kannibalen brauchen da irgendwie 17 magazine am stück aber gut bis zum nächsten mal wenn es heißt let's play borderlands 2 großwildjagd hey professor irgendwas hammerlock bis dann euer zombie bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann